Hallo und Willkommen. In diesem Video möchte ich kurz NFC's und die BitRue App erklären. NFC's könnt ihr recht günstig in einem Online-Shop bestellen und sind auch super robust. BitRue unterstützt NFC's auf Android und in Chrome Browser und euer Device muss natürlich auch NFC unterstützen. Es ist sinnvoll auf NFC's Stöcke zu schreiben und diese zu identifizieren, zum Beispiel nehmen wir hier den 1404er Stock. Dazu geht ihr auf die Stock-Doteilansicht, klickt auf dieses Dropdown, hier auf diese Styling-Button, dann öffnet sich dieses Fenster. Hier seht ihr eine URL. Diese wird beschrieben auf den NFC Deck oder hier könnt ihr auch einen NPR-Code ausdrücken. Zum Schreiben klickt ihr einfach Schreiben, dann steht hier ihr müsst den NFC platzieren. Den habe ich jetzt hier platziert und er wurde beschrieben. Ich kann auch den Inhalt auslesen. Wenn ich jetzt einen Deck lese. So, wenn ich jetzt den Deck lese, müsste hier die Details kommen, was auf den Deck sieht und ihr seht hier, die ID ist hier zum einen Stock und die URL, was dahinter ist. Okay. Wenn ihr jetzt eure NFC's beschrieben habt und ihr lockt, zum Beispiel ein, dann müsst ihr hier immer NFC aktivieren. Das ist dieses Symbol und wenn dieses grün ist, ist NFC aktiviert bei euch. Es ist auch in der Fußzeile hier, das ist ständiger Begleiter. Ist NFC aktiv, könnt ihr den Deck scannen und ihr werdet automatisch weitergeleitet zu euren Stock, den ihr gescannt habt. So, das ist erstens sinnvoll, um schnell zu Stöck zu kommen, wie jetzt hier gezeigt. Aber auch, wenn ihr zum Beispiel im Quick-Do oder jede anderen Formular, wo ihr diese Stockauswahl habt und ihr scannt hier den Deck, das zeige ich jetzt, dann wird dieser Stock automatisch ausgewählt und habt ihr mehrere NFC-Dacks, also scannt ihr mehrere Stöcke nach der Reihe. Ich hole jetzt einen zweiten NFC und scanne diesen auch. Dann werden diese alle ausgewählt und ihr könnt so sehr schnell nach der Reihe Stöcke auswählen. Das gleiche gilt, wie gesagt, für andere Formulare. Zum Beispiel, wenn ich eine Wanderung machen will, meine Stöcke sind bereits auf einem Anhänger, dann scanne ich nur mal die Tags, die was beim Stock so sind, dass ich sie erreichen kann und dann wählt er automatisch diese Stöcke aus. Das ist sehr gut, weil da spart man sich wieder durch dieses Menü manuell am Handy zu gehen. Besonders dem Außeneinsatz natürlich hilfreich. Und wie gesagt, ihr könnt jede Seite auf einem NFC-Deck speichern, aber Stöcke ist am meisten sinnvoller. Wir könnten zum Beispiel auch die Standseite auf den NFC speichern. Wie gesagt, funktioniert nur auf Android und Chrome und für die anderen Devices. Also wenn es zur Verfügung kommt, dass es unterstützt wird, werde ich es natürlich auch einbauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.